So, wir sind in der Kosten- und Preistheorie und wir schauen uns jetzt gleich mal an, wie man mithilfe von der Kostenfunktion und von einer gegebenen Preisfunktion diese ganzen fünf Funktionen, die jetzt da auf dem Blatt stehen, sich wunderbar mit der Hand herleiten kann. Das heißt, wir starten mit der Stückkostenfunktion. Für die Stückkosten nehmen wir die Gesamtkosten her und dividieren die einmal durch x. Die Stückkostenfunktion, die nennen wir dann k-quer. Das steht auch für einen Durchschnittswert. Die Stückkostenfunktion hat auch den Namen Durchschnittskostenfunktion. Und jetzt machen wir das mal. Jetzt dividieren wir die ganze Funktion durch x. Und das bedeutet, wir dividieren jeden einzelnen Teil durch x. Also, das heißt, im ersten Summanden wird aus x hoch 3 dann x², dann dividiere ich weiter und dann wird aus x² ein x und dann habe ich noch die 33x. Durch x bleibt 33. Und jetzt kommt ein Teil, der besonders interessant ist bei der Funktion, weil sich da eben gerade nichts rauskürzt, wie man sieht, sondern das x taucht da im Nenner auf. Ja, das heißt, dieser Teil hier ist besonders interessant, weil der macht die Funktion zu dem, was sie ist, nämlich eine Hyperbelfunktion. Das heißt, wir haben eine Funktion, die hat eine Polstelle bei 0, weil ich durch 0 eben hier nicht dividieren darf. Und deswegen hat die Funktion so eine interessante Form und die schauen wir uns jetzt kurz in GeoGebra an. So, ich habe dazu die Kostenfunktion hier schon mal in GeoGebra eingegeben und ihr seht, das ist eine Polynomfunktion Grad 3 mit dem typischen Verlauf. Zuerst haben wir einen degressiven Verlauf, danach haben wir einen progressiven Verlauf. Da ist ein Wendepunkt irgendwo so ungefähr. Und wenn ich die Kostenfunktion in GeoGebra mir anschauen möchte, dann kann ich einfach eingeben k durch x in die Eingabezeile. Wie ihr seht, GeoGebra macht das nicht, dass er das x hier rauskürzt, sondern er schreibt es einfach als ganzen Bruch hin. Und jetzt schauen wir uns kurz an, wie so das Bild ist von der Funktion. Und ihr seht, die Funktion ist eine Hyperbelfunktion. Im Grunde genommen ist sie nur in diesem Teil für x größer gleich 0 für uns interessant. Und man sieht hier eben bei 0 hat die Funktion eine Polstelle. Das liegt eben daran, dass ich dadurch x dividiere und die Funktion hat ein Minimum hier. Was das für eine Bedeutung hat, das machen wir aber später. Wir machen jetzt hier erstmal weiter mit der nächsten Funktion, und zwar der Variablenstückkostenfunktion. Das bedeutet, die Fixkosten sind bei der Variablenstückkostenfunktion mal wurscht, weil die Variablenkosten sind eben die Kosten ohne die Fixkosten. Und das heißt, ich dividiere jetzt nur die Variablenkosten durch x und schreibe die eigentlich ganz ähnlich an als k quer mit dem Index Variabel. Und dann erhalte ich die Funktion ganz ähnlich wie oben mit dem Unterschied, dass die Fixkosten nicht mehr dabei sind. Das heißt, genau dieses Element 200 plus x fehlt. Und dadurch erhalte ich eine Funktion, die ist quadratisch. Die schauen wir uns jetzt auch ganz kurz in GeoGebra an. So, hier haben wir also unsere Kostenfunktion nochmal. Und das heißt, die Variablenkosten ergeben sich aus k minus den Fixkosten und die Variablenstückkosten ergeben sich dann daraus, wenn ich das Ganze durch x dividiere. So kann ich das in GeoGebra eingeben hier in der Eingabezeile. Und ihr seht, da ergibt sich tatsächlich eine quadratische Funktion heraus, was man in GeoGebra, wenn man das so eingibt, überhaupt nicht erkennt. So, als nächstes steht auf dem Programm die Grenzkostenfunktion. Dazu nehme ich die Kostenfunktion wieder her und leite sie ab. Das heißt, ich mache die erste Ableitung von der Funktion und dann erhalte ich 3,5 mal x hoch 2, das können wir natürlich nachher auch kürzen, minus 4x plus 33. So, auch interessant, das ergibt schon wieder eine quadratische Funktion, aber diesmal aus einem anderen Grund. Bei den Variablenstückkosten haben wir eine quadratische Funktion gehabt durch Dividieren von x und hier haben wir eine quadratische Funktion durchs Ableiten. Also da bitte aufpassen, diese beiden Funktionen nicht verwechseln. Auch wenn sie beide quadratisch sind, haben sie beide eine komplett andere Bedeutung. Und die schauen wir uns jetzt auch kurz in GeoGebra an. So, da haben wir jetzt also unsere Kostenfunktion und wenn ich die Grenzkosten haben will, dann mache ich einfach die Ableitung von der Kostenfunktion. Ganz klassisch mit dem Befehl Ableitung. So, und da erscheint sie und wie ihr seht, ist das eben eine quadratische Funktion. Das erkenne ich auch wieder daran. Und die hat natürlich auch wieder ein Minimum. Und was die Bedeutung davon ist, da reden wir auch wieder später drüber. Weiter geht's mit der Erlösfunktion. Die Erlösfunktion hängt ganz eng mit der Preisfunktion zusammen, weil die Erlösfunktion definiert ist über Preis mal Menge. Das heißt in dem Fall Preisfunktion mal Menge. Das heißt also, wir nehmen die Preisfunktion her und müssen die lediglich mit x multiplizieren und haben dann schon die Erlösfunktion. Das geht auch ganz einfach mit der Hand. Das bedeutet, wir erhalten hier ein x mehr und hier kommt auch noch ein x dazu. Und schon haben wir die Erlösfunktion. Wie wir sehen, ist das jetzt in diesem Fall auch eine quadratische Funktion und zwar eine ganz typische quadratische Erlösfunktion. Ihr seht, die hat hier keinen Parameter hinten stehen ohne x dran. Das heißt, das ist eine Erlösfunktion, die durch den Koordinatenursprung durchgeht, wie jede Erlösfunktion. Da haben wir den Parameter A, der ist negativ. Das heißt, die Funktion ist nach unten geöffnet. Wir machen gleich weiter mit der Gewinnfunktion. Und die Gewinnfunktion, das schreibe ich jetzt hier oben hin, die ergibt sich aus meinem Erlös minus meinen Kosten, die ich habe. Und das, was übrig bleibt vom Erlös, nachdem ich die Kosten subtrahiert habe, das nenne ich dann meinen Gewinn. So, dazu schreibe ich jetzt nochmal die Kostenfunktion darunter. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Dann lässt sich das nämlich einfacher subtrahieren. So, jetzt lässt sich das hier wesentlich leichter subtrahieren, wenn das so schön untereinander steht. Das heißt, dieser x hoch 3 Teil, der kommt nur in der Kostenfunktion vor. Deswegen haben wir quasi 0 minus 1,15 x hoch 3. Dann müssen wir ein bisschen rechnen. Minus 6x² minus minus 2x². Das sind dann minus 4x². Dann haben wir 120x minus 33x sind plus 87x. Und dann haben wir noch 0 minus 200. So, wenn man das so schön untereinander macht, dass man zuerst die x hoch 3, dann die x hoch 2, dann die x und dann die Zahlen zusammen subtrahiert, dann erhält man hier schön so die Gewinnfunktion in einer schönen Darstellungsweise. Ich zeige euch aber auch nochmal, wie das in GeoGebra geht. So, dazu habe ich jetzt erstmal die Kosten und die Preisfunktion in GeoGebra einfach eingegeben. Und jetzt kann ich die Erlösfunktion in GeoGebra auch noch eingeben, indem ich schreibe e von x ist gleich p mal x. Und da ist es schon. Und wie ihr seht, wieder mal, GeoGebra multipliziert das x nicht in die Klammer rein. Deswegen schaut die Funktion hier ein bisschen anders aus. Und wenn wir jetzt die Gewinnfunktion haben möchten, dann können wir tatsächlich auch einfach hier eingeben, e minus k, Enter drücken und da erscheint die Gewinnfunktion. Hier in der Grafik sehen wir sie schön. Und da schreibt er sie so hin, wie sie da stehen. Das heißt, da wird nichts zusammengefasst. Das ist vielleicht nicht so schön, wenn uns das nicht gefällt. Und wir wissen möchten, was ist denn das jetzt hier ausmultipliziert und dann zusammengefasst? Dann müssen wir das CRS öffnen und geben dann hier einfach nochmal die Funktion G ein, also einfach den Namen der Funktion G eingeben, Enter drücken. Und dann macht er das im CRS, dass er die Parameter vor den einzelnen Potenzen hier nochmal zusammenfasst und hinschreibt. Und ihr seht, das ist genau das, was wir uns vorher auch mit der Hand zusammen ausgerechnet haben. Da ist die Gewinnfunktion. So, jetzt reden wir erstmal über die Kostenfunktion. Wir werden jetzt in folgenden fünf Minuten eine komplette Analyse der Kostenfunktion machen. Das ist ein ganz wichtiger Teil in der Kosten- und Preisteorie, weil man da unglaublich viele Aussagen mit treffen kann. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Also zuerst einmal schauen wir uns den Verlauf der Kostenfunktion an. Der startet hier bei den Fixkosten, dann kommt irgendwann ein Wendepunkt, da ändert sich das Krümmungsverhalten und dann haben wir diesen typischen Verlauf von degressiven Kosten auf progressive Kosten. Da gibt es natürlich wirtschaftliche Gründe, warum das so ist, dass der Kostenverlauf immer von degressiv auf progressiv wechselt und niemals andersrum. So, als erstes möchte ich mal wissen, wo ist denn dieser Wendepunkt? Da verwende ich einfach den Befehl Wendepunkt. Und interessant sind eigentlich hier, ist die Zahl 10, also die x-Koordinate vom Wendepunkt, die hat einen besonderen Namen. Die heißt nämlich Kostenkehre. Das heißt, ich kann jetzt sowas sagen wie, bei einer produzierten Menge von 10 Mengeneinheiten liegt die Kostenkehre. Oder ich kann sowas sagen wie, im Intervall von 0 bis 10 habe ich einen degressiven Kostenverlauf und ab 10 Mengeneinheiten habe ich einen progressiven Kostenverlauf. Eine Sache zur Kostenkehre ist noch zu erwähnen und zwar, wenn wir uns die Grenzkostenfunktion anschauen, also die erste Ableitung der Kostenfunktion hier mal machen, dann ist genau da, wo der Wendepunkt der Kostenfunktion ist, ist auch gleichzeitig das Minimum, das mache ich mit dem Extremum, von der Grenzkostenfunktion hier bei 10 Mengeneinheiten. Das ist natürlich kein Zufall. Das ist ganz logisch, wenn hier der Wendepunkt ist, dann bedeutet das, die Steigung nimmt bis dahin ab und ab diesem Punkt nimmt die Steigung der Funktion wieder zu. Und genau das sieht man da. Die Grenzkosten sind die Steigung der Funktion und da sehen wir, die Steigung nimmt ab bis zum Wendepunkt in der Kostenfunktion und dann die Steigung nimmt wieder zu ab dem Wendepunkt in der Kostenfunktion. Und das bedeutet natürlich, dass das Minimum von der Grenzkostenfunktion genau an der gleichen Stelle liegt wie der Wendepunkt, also damit die Kostenkehre von der Kostenfunktion. Was bringt mir das Ganze jetzt zu wissen? Naja, im Endeffekt habt ihr jetzt zwei Methoden, die Kostenkehre zu ermitteln, nämlich mit dem Minimum der Grenzkostenfunktion oder wie eben zuerst erklärt, mit dem Wendepunkt der Kostenfunktion. Als nächstes analysieren wir hier die Stückkostenfunktion und dafür gebe ich die Stückkostenfunktion erstmal ein. Das kann ich, wie ihr gesehen habt, gerade einfach machen mit K durch X. So, dann erscheint die hier in der Grafik und wenn ich mir die mal genauer anschaue, dann sehe ich, die Stückkostenfunktion, die hat hier in diesem Bereich ein Minimum. Und genau das Minimum interessiert mich. Das finde ich jetzt heraus mit dem Befehl Extremum, aber da müsst ihr jetzt ganz besonders gut aufpassen, weil es gibt den Befehl, ich zeige es nochmal kurz, Extremum Polynomfunktion und es gibt den Befehl Extremum Funktion Startwert Endwert. Das hier ist jetzt keine Polynomfunktion, deswegen muss ich unbedingt diesen Befehl Extremum Funktion Startwert Endwert verwenden. Meine Funktion hat Georg Eber jetzt F genannt. Und das Startwert Endwert, das ist eine Anweisung für das Programm, in welchem Bereich soll es nach dem Extremum, also nach dem Minimum in dem Fall, hier suchen. Und das heißt, es ist wichtig, sich die Grafik anzuschauen und das einzugrenzen, wo liegt denn das ungefähr. Das muss ich nicht stark eingrenzen, da kann ich zum Beispiel eingeben von 0 bis 50, da ist das Minimum auf jeden Fall drin. Und dann wird das Minimum hier berechnet. So, das Minimum ist ein Punkt und da sind beide Zahlen, die x- und die y-Koordinate, interessant. Die x-Koordinate, die nenne ich jetzt Betriebsoptimum. Und das Betriebsoptimum ist eine Produktionsmenge. Das heißt, wenn ich 19,11 Mengeneinheiten produziere, dann produziere ich so, dass ich minimale Stückkosten habe. Und die zweite Koordinate sind natürlich, klar, weil der Punkt auf der Stückkostenfunktion liegt, das sind Stückkosten. Das heißt, bei der Produktion von 19,11 Mengeneinheiten habe ich 29,59 Geldeinheiten pro Mengeneinheit an Stückkosten. Und das bekommt jetzt auch nochmal einen extra Namen, das nenne ich dann langfristige Preisuntergrenze. Und das hat auch einen Sinn, weil das bedeutet so viel wie, wenn ich jetzt so viel produziere, 19 und ein paar zerquetschte Mengeneinheiten, und das um diesen Preis genau verkaufe, dann erreiche ich damit vollständige Kostendeckung, aber eben auch nicht mehr und nicht weniger. Das heißt also, wenn ich genau das als Preis verlange, dann sind meine Gesamtkosten gedeckt bei dieser Produktionsmenge. Wenn ich da drüber lege, dann bedeutet das letzten Endes, dass ich dann auch damit Gewinn mache. Und deswegen bezeichnet man diese Zahl als langfristige Preisuntergrenze. Das heißt, unter diesem Preis sollte ich eigentlich nicht gehen, sonst komme ich wirklich dahin, dass ich noch nicht mal die Kosten decke und dann bin ich im Verlustbereich. Und das wollen wir ja meistens nicht. Nächste Analyse. Jetzt geht es um die Variable Stückkostenfunktion. Und die gebe ich ein mit k minus den Fixkosten durch x. Ja, zugegebenermaßen ist diese GeoGebra-Eingabe natürlich hier schon ein bisschen bescheuert. Ich gebe die Kostenfunktion ein, subtrahiere die Fixkosten. Ich könnte auch natürlich nur sofort die Variablenkosten eingeben und dann durch x dividieren. So, da kommt sie daher. Die schauen wir uns natürlich jetzt auch in der Grafik erstmal genauer an. Und ihr seht, die hat auch ein Minimum. Was sind jetzt im Vergleich eigentlich die Variablenstückkosten? Ja, der einzige Unterschied ist, dass die Fixkosten hier raus subtrahiert werden und deswegen keine Rolle spielen. Das heißt, die Fixkosten kommen in der Variablenstückkostenfunktion überhaupt nicht vor. Und wieder kann ich dasselbe machen wie mit der Stückkostenfunktion. Ich kann das Minimum berechnen. Ich nehme dann wieder den Befehl Extremum Funktion Startwert Endwert. Das liegt einfach an dieser Darstellung, dass GeoGebra das nicht als Polynomfunktion darstellt. Und das bedeutet, ich muss wieder eingrenzen, wo das ungefähr liegt. Zum Beispiel nehme ich das Intervall 0 bis whatever, 30 oder so. Da sehe ich in diesem Intervall 0 bis 30, da liegt das Minimum auf jeden Fall drin. Hier, wenn man das noch ein bisschen genauer anschauen möchte, da sieht man es. So, schauen wir. Und wir sehen, aha, da kommt sogar eine wunderschöne Zahl bei raus. Das ist jetzt Zufall. Das Minimum liegt bei 15 Mengeneinheiten und die Variablenstückkosten betragender 18 Geldeinheiten pro Mengeneinheit. So, was hat dieser Punkt jetzt für eine Bedeutung? Die 15 Mengeneinheiten bekommen wieder einen extra tollen Namen. Das nennt man dann Betriebsminimum. Das heißt, bei der Produktion von 15 Mengeneinheiten liegt das Betriebsminimum, sage ich. Und die 18 Geldeinheiten pro Mengeneinheiten sind hier die Variablenstückkosten. Die bekommen auch wieder einen eigenen Namen. Das nennt man dann kurzfristige Preisuntergrenze. Und die Erklärung, was die Bedeutung davon ist, ist ganz ähnlich wie bei der langfristigen Preisuntergrenze mit einem Unterschied. Die Fixkosten spielen hier, wie gesagt, keine Rolle. Das bedeutet, wenn ich jetzt mein Produkt, wenn ich 15 Mengeneinheiten von meinem Produkt produziere und jede Mengeneinheit für 18 Geldeinheiten pro Mengeneinheit verkaufe, dann erreiche ich Kostendeckung aber nur für die Variablenkosten. Das heißt, die Fixkosten werden mit meinem Preis von 18 Geldeinheiten pro Mengeneinheiten nicht gedeckt. Ja, das ist auch ganz logisch, weil ich in meiner Rechnung die Fixkosten vorher einfach rausgeschmissen habe. Und deswegen nennt man das Ganze auch kurzfristige Preisuntergrenze, weil auf lange Sicht darf ich das natürlich nicht machen. Auf lange Sicht gesehen möchte ich die Fixkosten natürlich auch gedeckt haben. Als letzte Analyse schauen wir uns jetzt mal den Zusammenhang an zwischen der Stückkostenfunktion, der Variablen-Stückkostenfunktion und den Grenzkosten. Dafür habe ich die hier schon mal eingegeben, so wie ich euch das gerade gezeigt habe. Das heißt, wundert euch nicht über diese seltsame Darstellung. Das macht GeoGebra einfach so, wenn man das so eingibt. Jetzt blende ich die mal nacheinander ein, damit ihr sehen könnt, was das eigentlich ist. Also hier kommt die Stückkostenfunktion. Wie wir sehen, hier mit der Polstelle eine Hyperbelfunktion. Da haben wir die Variable-Stückkostenfunktion. Ich zoome da jetzt etwas auf, damit man die besser sieht und mache das auch etwas kleiner. Die Kostenfunktion mache ich dabei mal aus. Und dann haben wir hier noch die Grenzkostenfunktion. Und wie ihr seht, die schneiden sich hier. Die Grenzkostenfunktion hat einen Schnittpunkt mit der Variablen-Stückkostenfunktion und mit der Stückkostenfunktion. Und wenn ihr euch daran erinnert, haben wir gerade berechnet, wo das Minimum liegt von der Stückkostenfunktion. Das mache ich jetzt nochmal ganz schnell. Das Extremum zwischen 0 und 50 soll er mal suchen. Da haben wir es. Und wir haben berechnet das Minimum von der Variablen-Stückkostenfunktion. Suche ich auch wieder zwischen 0 und 50. So, da haben wir es. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich schon, was ich hier euch noch Tolles erklären will. Das sind hier tatsächlich die Schnittpunkte mit der Grenzkostenfunktion. Das heißt also, manchmal ist es schwierig, ein Minimum abzulesen, weil die Funktionen vielleicht so breit dargestellt sind, so wie hier. Also Minimum ablesen ist gar nicht so einfach in einer gegebenen Grafik. Aber was ich immer wunderbar ablesen kann, ist ein Schnittpunkt. Und deswegen ist es natürlich besonders hilfreich, wenn ich nicht nur die Methode kenne, dass ich für das Betriebsoptimum und für das Betriebsminimum dann tatsächlich das Minimum suche mit dem Befehl Extremum oder durch Ablesen vom Minimum. Sondern es ist auch noch gut, wenn ich weiß, dass das gleichzeitig auch die Schnittpunkte mit der Grenzkostenfunktion sind. Das ist immer so, dass die Grenzkostenfunktion, die Stückkostenfunktion genau da schneidet, wo die ihr Minimum haben. Interessante Tatsache, warum das so ist, das ist ein bisschen komplizierter, das erkläre ich euch später mal. Als letztes schauen wir uns jetzt noch an, was kann ich aus der Kombination Kostenfunktion und Preisfunktion, wenn die in einer Aufgabe gegeben sind, was kann ich da alles rausholen, was kann ich alles damit machen? Schauen wir uns ganz kurz mal die Preisfunktion an. Die hat zwei ganz wichtige Punkte und zwar einmal den Schnittpunkt mit der Y-Achse und einmal den Schnittpunkt mit der X-Achse. Die haben eine besondere Bedeutung. Den Schnittpunkt mit der Y-Achse, den nennen wir Höchstpreis und den können wir natürlich sehr schnell berechnen mit P von 0. Bums, da ist er. Da seht ihr es nochmal, wenn ich die Maus drauf lege, was ich da gemacht habe. Ich habe eingegeben P von 0 und das sind 120. Klar kann ich das hier in dieser Preisfunktion auch wunderbar da ablesen, da brauche ich gar nicht groß berechnen. Oder auch natürlich hier an der Y-Achse. Die zweite Sache ist der Schnittpunkt mit der X-Achse oder eben auch die Nullstelle. Die kann ich natürlich hier auch wieder grafisch wunderbar ablesen. Ich zeige es trotzdem nochmal. Mit Nullstelle kann ich das natürlich auch nochmal nachkontrollieren. Und das nennt man bei der Preisfunktion die Sättigungsmenge. Jetzt gehen wir von der Preisfunktion mal weiter zur Erlösfunktion und geben ein, E von X ist gleich P mal X. So, da ist die Erlösfunktion. Jetzt blende ich hier mal die anderen Sachen alle aus. Wobei, die Sättigungsmenge lasse ich drin. Damit ihr seht, die Nullstelle der Preisfunktion ist gleichzeitig natürlich auch die Nullstelle von der Erlösfunktion, weil ich ja lediglich die Preisfunktion mit X multipliziere. Das heißt also, die Erlösfunktion hat zwei Nullstellen. Die hat immer die Nullstelle 0,0, also den Koordinatenursprung. Das hat so ungefähr die Bedeutung von, wenn ich gar nichts verkaufe, habe ich auch keinen Erlös. Und als zweite Nullstelle die Sättigungsmenge. Das heißt, da, wo der Preis auch wieder 0 ist, habe ich natürlich dann auch gar keinen Erlös. So, jetzt seht ihr natürlich hier schon wieder, was man hier machen könnte. Das Ding hat ein Maximum. Das heißt also, ich kann hier mit dem Befehl Extremum von der Erlösfunktion mir mal das Maximum berechnen. Und dann kann ich sagen, bei einer Produktion von 10 Mengeneinheiten beträgt der Erlös 600 Geldeinheiten. Das heißt, bei 10 Mengeneinheiten produziere ich so, dass ich maximalen Erlös erziele. Gut, weiter geht's zur Gewinnfunktion. Dazu brauche ich die Erlösfunktion und die Kostenfunktion. Und die schauen wir uns hier jetzt ganz kurz einmal an. Was bedeutet denn überhaupt Gewinn? Gewinn bedeutet, dass der Erlös die Kosten überklettert. Das heißt, dass ich mehr einnehme, als was ich ausgebe. Und das bedeutet, ihr seht hier auch schon, es gibt einen Bereich, nämlich zwischen hier und hier. So, da dieser Bereich. Das ist mein Gewinnbereich. Da liegt die Erlösfunktion überhalb der Kostenfunktion. Und da mache ich Gewinn. Und davor mache ich negativen Gewinn oder auch Verlust. Und danach mache ich auch wieder Verlust oder negativen Gewinn, anders ausgedrückt. Jetzt kann ich hier die Gewinnfunktion eingeben mit E minus K. Und die schauen wir uns jetzt nochmal ganz genau an. Was denn die Gewinnfunktion so für interessante Stellen hat. Erster Punkt. Ihr seht hier, die Fixkosten liegen bei 200. Und das bildet sich in der Gewinnfunktion negativ ab. Das liegt natürlich einfach daran, dass der Erlös bei 0, 0 ist. Und wenn ich dann die Kosten subtrahiere, dann lande ich automatisch bei den negativen Fixkosten. Also merken, die Gewinnfunktion, die startet immer bei den negativen Fixkosten. Dann klettert die langsam in Richtung positiv. Hier ist sie im negativen Bereich. Das heißt, ich mache Verlust. Und dieser Punkt, der kriegt einen eigenen Namen, weil das zum ersten Mal die Situation ist, dass ich keinen Verlust mache. Ich mache auch noch keinen Gewinn. Das heißt, die Gewinnfunktion hat eine Nullstelle. Der Gewinn ist genau 0 und das Ding heißt Break-Even-Point. Und hier sehen wir, das ist genau der Schnittpunkt, wo die Erlösfunktion anfängt, die Kostenfunktion zu überklettern. Und deswegen ist hier natürlich die Gewinnfunktion zum ersten Mal 0. Danach geht es positiv mit der Gewinnfunktion weiter. Die ist auf diesem ganzen Bereich bis dorthin positiv. Das heißt, von hier bis da, zwischen den Nullstellen, liegt jetzt mein Gewinnbereich. So, zwischen den Nullstellen war das Stichwort. Das berechnen wir uns jetzt natürlich gleich mal. Die Nullstellen von G. Da sind sie. Da müsst ihr jetzt natürlich mit ein bisschen Hausverstand hinschauen. Das ist hier B und C. Das heißt, der Punkt A ist einfach ein Punkt, der ergibt sich mathematisch, hat für uns aber überhaupt gar keine Bedeutung. Das heißt, der Break-Even-Point, der liegt bei 2,63 Mengeneinheiten. Und das Ding nennt man oft obere Gewinngrenze oder auch zweite Gewinngrenze. Die liegt bei 14,74 Mengeneinheiten. Das bedeutet, wann mache ich überhaupt positiven Gewinn? Zwischen 2,63 und 14,74. Ja, jetzt könnt ihr euch denken, klar, was ist am interessantesten? Ja, wo mache ich am meisten Gewinn? Grafisch sehen wir das schon. Das muss hier irgendwo liegen. Das sieht man auch eigentlich an den Funktionen schon. Nämlich da, wo dieser, ich sag jetzt mal Bauch, wo der Abstand zwischen den beiden Funktionen am größten ist, da mache ich auch am meisten Gewinn. Also hier. Und das können wir uns natürlich auch wieder sehr einfach berechnen mit dem Befehl Extremum von G. So, da kommt der Punkt F daher. Und da steht drin, bei einer Produktion von 9,8 Mengeneinheiten mache ich einen Gesamtgewinn von 210,46 Geldeinheiten. Und damit habe ich eigentlich alles analysiert, was für uns interessant ist. Also nochmal in Kürze, die Gewinnfunktion startet bei den negativen Fixkosten. Dann kommt als nächstes der Break-Even-Point als interessanter Punkt. Dann die obere Gewinngrenze ist die Grenze, bis wohin ich noch positiven Gewinn mache. Ab da geht es wieder in den Verlustbereich. Und dann natürlich vor allem interessant die Stelle, wo ich maximalen Gewinn mache. So, jetzt habe ich mir das Extremum hier nochmal neu berechnet. Deswegen wundert euch nicht, dass der Name jetzt hier ein anderer geworden ist. Und ich habe das Runden etwas anders eingestellt, weil ich nämlich jetzt hier mit dieser Zahl weiterrechnen möchte und das nicht so stark gerundet haben will. Wir stellen uns jetzt die Frage, wir wissen, der Gewinn ist maximal bei 8,8964 Mengeneinheiten, bei dieser Produktionsmenge. Und wir möchten jetzt wissen, welcher Preis gehört denn zu dieser Produktionsmenge dazu. Das bedeutet, wir blenden hier alles aus und schauen uns nochmal die Preisfunktion an. Ja, ihr wisst ja, bei der Preisfunktion habe ich hier natürlich auch eine Menge. Und zu jeder Menge, die ich verkaufen möchte, gehört ein ganz bestimmter Preis. Jetzt möchte ich diese Menge von 8,8964, das gebe ich jetzt relativ genau ein, verkaufen und möchte wissen, welcher Preis dazu gehört. Und deswegen setze ich das einfach in die Preisfunktion ein und zeichne mir das als Punkt hier auf die Preisfunktion. Und diesen Punkt, den ihr hier seht, den nenne ich Konotschen Punkt. Und der Konotsche Punkt, das ist eine Zusammensetzung aus zwei interessanten Elementen, nämlich erstens die x-Koordinate, das ist nicht irgendeine Menge, sondern das ist die Menge, mit der ich meinen Gewinn maximiere. Also die gewinnmaximierende Menge, sagt man dann auch. Und das ist der Preis, um den ich jede Mengeneinheit verkaufen muss, damit das Ganze hier zusammenpasst. Das heißt also, der Konotsche Punkt vereint eigentlich so die Analyse von der Gewinnfunktion und der Preisfunktion. Dass der Konotsche Punkt hier so mittig auf der Preisfunktion liegt, ist eigentlich nicht ganz verwunderlich, weil ihr wisst ja, hier oben bei 120 liegt der Höchstpreis. Und wenn ich versuche, um den Höchstpreis zu verkaufen, dann verkaufe ich de facto einfach nichts, weil der Markt mir um diesen Preis nichts abnimmt. Und andererseits, wenn ich versuche, 20 Mengeneinheiten auf dem Markt loszuwerden, dann schaffe ich das nur, indem der Preis Null ist. Und das heißt, die Wahrheit liegt dann irgendwo in der Mitte. Das heißt, hier haben wir genau die Kombination, bei dieser Mengeneinheit kann ich auf dem Markt genau diesen Preis verlangen. Und dementsprechend ist das eigentlich eine schöne Kombination aus dieser ganzen Analyse, die ich vorher gemacht habe. Also da steckt drin, wie viel muss ich produzieren, damit der Gewinn maximal ist und welcher Preis gehört dann zu diesem Produkt dazu. So, liebe Freunde der Sonne, wir schauen uns jetzt noch Gleichungssysteme in der Kosten- und Preisteorie an. Das ist ein ganz beliebtes Thema aus einem ganz einfachen Grund. Die ganze Kosten- und Preisteorie machen wir mit allen möglichen Funktionen. Und Funktionen kann man eben wunderbar modellieren, wenn man genügend Informationen über diese Funktionen hat. Wir starten mit der Kostenfunktion. Für die Kostenfunktion nehmen wir üblicherweise als Modell eine Polynomfunktion Grad 3. So, die habe ich jetzt hier mal eingegeben mit Doppelpunkt ist gleich und jetzt kann ich anfangen, die Informationen in Form von Gleichungen einzugeben. Wenn wir noch mal kurz auf das Modell schauen, wir haben A, B, C, D, 4 Parameter und das bedeutet, ich brauche auch 4 Gleichungen, damit ich diese 4 Parameter ausrechnen kann. Eine Information könnte zum Beispiel sein, die Fixkosten betragen 200 Geldeinheiten. Das bedeutet, bei der Produktion von 0 habe ich 200 Geldeinheiten. Also nochmal der Satz, die Fixkosten betragen 200 Geldeinheiten. Eine andere Information könnte sein, bei der Produktion von 5 Mengeneinheiten betragen die Kosten 20 Geldeinheiten. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Punkt auf der Funktion. Kein besonderer Punkt, sondern einfach irgendein Punkt. Jetzt könnte ich auch noch dazu sagen, die Kostenkehre wird erreicht bei einer Produktion von 5 Mengeneinheiten. Und da muss ich natürlich zu wissen, die Kostenkehre liegt da, wo der Wendepunkt der Funktion liegt. Und deswegen muss ich die zweite Ableitung bilden und die Kostenkehre da einsetzen. Und ihr wisst ja, an jedem Wendepunkt ist die zweite Ableitung 0. Und deswegen gilt, die zweite Ableitung bei der Kostenkehre ist 0. Jetzt seht ihr, das war doch nicht ganz so ein unbedeutender Punkt. Das ist eigentlich der Wendepunkt 0 und 20, den ich hier eingesetzt habe. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht relevant. Ob das jetzt hier ein Wendepunkt ist oder nicht, für die Informationen an der Stelle 5, bei der Produktion von 5 Mengeneinheiten betragen die Kosten 20 Geldeinheiten. Das verwende ich einfach nur als Punkt und hier kommt dann erst zu tragen, dass das ein Wendepunkt ist über die Information, dass da eben die Kostenkehre liegt. So, jetzt fehlt uns noch eine Information und dann können wir das Gleichungssystem lösen. Wir könnten zum Beispiel etwas über die Grenzkosten erfahren. Ich könnte sagen, die Grenzkosten bei der Produktion von 2 Mengeneinheiten betragen 0,5 Geldeinheiten pro Mengeneinheit. Also gebe ich ein K' weil es geht ja um die Grenzkosten bei der Produktion von 2 Mengeneinheiten ist gleich 0,5. Also die Grenzkosten bei der Produktion von 2 Mengeneinheiten betragen 0,5 Geldeinheiten pro Mengeneinheit. So, jetzt haben wir hier 4 Gleichungen und können unser Gleichungssystem jetzt lösen, indem wir hier mit gedrücktem Zeigefinger markieren, auf Löse gehen und tada, da haben wir unsere 4 Parameter. Ja, Achtung bitte aufpassen, das ist jetzt nur ein Beispiel und ich garantiere nicht dafür, dass da jetzt eine sinnvolle Funktion rauskommt. Das heißt, ob diese 4 Informationen jetzt wirklich zu einer ertragsgesetzlichen Kostenfunktion führen, darum geht es hier gar nicht, sondern es ging jetzt nur darum, die Informationen in Gleichung zu übersetzen. Also bitte hier nicht mit diesen Zahlen weiterrechnen. Weil die Kostenfunktion so viele Informationen beinhaltet, machen wir jetzt gleich noch ein zweites Beispiel dazu. Wir könnten zum Beispiel auch die Stückkosten als Information gegeben haben. Ich könnte euch zum Beispiel sowas verraten, wie bei der Produktion von 3 Mengeneinheiten betragen die Stückkosten 2 Geldeinheiten. So, wie übersetze ich das jetzt? Ich habe ja Stückkosten als Information gegeben und das ist aber die Gesamtkostenfunktion. Erste Möglichkeit, ihr übersetzt. Das heißt, ihr übersetzt die Stückkosten in Gesamtkosten. Was sind die Gesamtkosten an der Stelle 3, wenn die Stückkosten 2 betragen? Naja, das kann ich ja einfach hochrechnen mit 2 mal 3. Das heißt, die Stückkosten von 2 mal die produzierte Mengeneinheit von 3. Und das heißt, da habe ich jetzt die Gesamtkosten mir aus den Stückkosten heraus erschlossen. Jetzt könnte ich das aber auch genauso anders eingeben. Ich könnte auch eingeben, die Gesamtkosten durch 3. Das sind, so wie es da steht, die Stückkosten an der Stelle 3. Und die betragen 2. Ihr seht, das ist natürlich genau ein und dieselbe Gleichung. Da haben wir den 3er darüber multipliziert. Und das ist die Schreibweise für die Stückkosten. K von x durch x. Und da setze ich anstelle von x eben zweimal meine Mengeneinheit 3 ein. Also das geht auch. GeoGebra macht hier eine andere Gleichung raus. Die sieht aber nur anders aus. Das ist genau dieselbe. Wenn ihr seht hier diese ganze Gleichung mal 3, dann sind wir da oben. Also das sind dieselben Gleichungen hier. Ich unterbreche das jetzt hier. Jetzt haben wir eigentlich alles verwendet. Grenzkosten, Stückkosten, die Kostenkehre, die Fixkosten. Und mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein. Als nächstes Beispiel machen wir jetzt mal eine Preisfunktion. Und da wähle ich als Modell ein lineares Modell. Und jetzt können wir mal überlegen, was für Informationen kann man denn über eine Preisfunktion erzählen? Was wäre denn da interessant? Zum Beispiel könnte ich sagen, der Höchstpreis beträgt 17 Geldeinheiten pro Mengeneinheit. Der Höchstpreis ist der Schnittpunkt mit der Y-Achse. Und deswegen weiß ich, das ist der Preis an der Stelle 0. Also P von 0 ist gleich 17. Dann könnte ich auch noch sagen, die Sättigungsmenge beträgt 150 Stück. Das heißt, bei 150 muss also der Preis 0 sein. Und weil ich jetzt eben nur zwei Parameter in meinem Modell drin habe, weil es eben linear ist, reichen zwei Gleichungen. Das Ganze markiere ich wieder, löse und dann kommen meine Parameter hier raus. Drittes und letztes Beispiel. Wir schauen uns eine Gewinnfunktion an. Typisch für eine Gewinnfunktion wäre jetzt hier ein quadratisches Modell zu nehmen. Und dann überlegen wir mal wieder, was kann man denn über eine Gewinnfunktion an Informationen preisgeben? Man könnte zum Beispiel sagen, die Fixkosten der Produktion betragen 200 Geldeinheiten. Da denkt man vielleicht erst, hoppla, wieso denn auf einmal Kosten? Ich will doch einen Gewinn haben. Ja, aber denkt mal gut nach, wie die Gewinnfunktion verläuft. Und die startet bei den negativen Fixkosten. Das heißt, der Gewinn an der Stelle 0 sind immer die negativen Fixkosten. Deswegen habe ich damit auch eine Information über die Gewinnfunktion. Also, g von 0 ist gleich minus 200. Also negative Fixkosten hier verwenden, das ist ganz wichtig. Dann ist ein interessanter Punkt der Break-Even-Point von der Gewinnfunktion. Und dann könnte ich sagen, der Break-Even-Point liegt bei 12 Mengeneinheiten. Das heißt, der Gewinn an der Stelle 12 ist 0, weil ja der Break-Even-Point eine Nullstelle ist von der Gewinnfunktion. Was ist auch noch interessant, was hat man oft gegeben, sowas wie bei der Produktion von 18 Mengeneinheiten erreiche ich den maximalen Gewinn. Also, ich habe damit einen Extrempunkt gegeben. Und deswegen brauche ich die erste Ableitung von der Gewinnfunktion an der Stelle 18. Und die erste Ableitung ist an jedem Extrempunkt 0. Und deswegen g' von 18 ist gleich 0. Jetzt habe ich wieder meine 1, 2, 3 Gleichung für die 1, 2, 3 Parameter. Kann das hier wieder mit gedrückten Zeigefingern markieren und lösen. Und hier mein Ergebnis, meine drei Parameter. Ich weise nochmal darauf hin, dass die Beispiele hier nur zum Üben von Gleichungssystemen gedacht sind. Und das heißt, bitte zeichnet die Funktionen nicht, da kommen nicht unbedingt sinnvolle Ergebnisse raus. Letzter Hinweis von mir zum Thema Gleichungssystemen. Macht euch eine Skizze. Skizzen sind unglaublich hilfreich, damit ich mir das Ganze nochmal visuell vorstellen kann. Damit ich sehe, wo sind Schnittpunkte mit den verschiedenen Achsen, wo sind Extrempunkte. Und dann mache ich mir das Ganze wesentlich leichter. Ich mache das jetzt anhand vom letzten Beispiel. So, das hat sowas geheißen wie, die Fixkosten betragen 200 Geldeinheiten. Der Break-Even-Point liegt bei 12 Mengeneinheiten. Und der maximale Gewinn wird erreicht bei 18 Geldeinheiten. Wie schaut jetzt eine Skizze dazu aus? Eieiei, ziemlich schief. Aber Skizzen müssen nicht schön sein. Die müssen nur das beinhalten, was für mich wichtig ist und was mir hilft, sich das Ganze vorzustellen. Das heißt, da unten haben wir minus 200, meine negativen Fixkosten. Dann ein Break-Even-Point ist die erste Nullstelle der Gewinnfunktion. Das heißt also, das ist die Stelle, wo die Gewinnfunktion zum ersten Mal die x-Achse schneidet. Und dann haben wir irgendwo noch die 18 und die sollen meinen maximalen Gewinn darstellen. Jetzt skizziere ich mir da eine Gewinnfunktion durch. Wups, da und dann geht es wieder runter. So, das heißt, da habe ich einen Extrempunkt, da habe ich den Break-Even-Point und da habe ich meine Fixkosten. Und ich glaube, dass man mit solchen Skizzen wesentlich besser zum Erfolg kommt, weil man das einfach nochmal kurz nachvollziehen kann, warum zum Beispiel hier die Steigung Null ist. Da könnt ihr euch die Tangente vorstellen, dass die genau eben flach ist an so einem Extrempunkt. Da sieht man sehr schön, dass das eine Nullstelle ist und deswegen genau die Form hat wie jede Gleichung, wo ich eine Nullstelle verwende. Und da sehe ich auch nochmal sehr schön, dass es minus 200 heißen muss und nicht 200, weil ich eben hier im negativen Bereich bin. Also macht Skizzen! Dann Herr Pfeift! Dann kann das mal ein bisschen mehrmals aufholen. Vielen Dank.